Ich danke den Wählern für die eindeutige Ablehnung des Extremismus, den es weiterhin zu bekämpfen gilt. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie wahren. Musik Wir sind alle in Deutschland zu Haus. Musik Für den Frieden unter uns und in Europa. Musik Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. Musik Musik Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Musik Die Bundesregierung Ohne Diskriminierung Wir können jetzt, wenn wir nur wollen. Musik 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 Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonplätzen errichtet sind. Wir können und wir werden treffen. 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 Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Mitverantwortung in den Ökneuismus betrachtet werden wir zu klären. Mitverantwortung in die葉rukturen, die wir in den verschiedenen Bereichen der Aufgabe werden visually erreichen. Mitverantwortung in den uppmutzung in den Šten. Mitverantwortung in den Straßen. Mitverantwortung in den Lesen. Mitverantwortung in den Namen. Mitverantwortung in den unterschieden politischen Belen. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Mahnung, beeilt euch zu andern, ehe es zu spät ist, zu bereuen. Das ist eine schwere Reise. Für eine friedliche Zukunft wird sie von Bedeutung sein. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie werden. Musik Wir sind alle in Deutschland zu Haus. Musik Für den Frieden unter uns und in Europa. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. Musik Wir können nicht dealen. Musik Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Wir können jetzt, wenn wir nur wollen. Musik 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 die aus Betonkürzchen errichtet sind. Wir können und wir werden treffen. Ich frage den Abgeordneten Brand, nehmen Sie lieber an? Ja, wir sind ja nicht, nehmen die Wahl an. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert. Mit Bestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Mahnung. Beeilt euch zu anderen, ehe es zu spät ist, zu bereuen. Das ist eine schwere Reise für eine friedliche Zukunft. Die Zukunft wird sie von Bedeutung sein. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie werden. Musik 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 Wir sind alle in Deutschland zuhause. Für den Frieden unter uns und in Europa. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir müssen eine perfekte Demokratie schaffen. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Wir können jetzt wenn wir nur wollen. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonplötzen errichtet sind. Wir können und wir werden treffen. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet. Und mehr Mitverantwortung fördert. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Wir sind alle in Deutschland. Wir sind alle in Deutschland zuhause. Auch im übertragenen Sinne... ... geht seine Mahnung. Beyeit euch zu andern. Ehe es zu spät ist, zu bereuen. ... ... Dies ist eine schwere Reise. Für eine friedliche Zukunft wird sie von Bedeutung sein. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen Alle in Deutschland zuhause. Für den Frieden unter uns und in Europa. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. All right, no. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. 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 Wir können jetzt, wenn wir nur wollen. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonplötzen errichtet sind. Wir können und wir werden schaffen. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. All right, man. Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Das hier schaffen wir. Das hier schaffen wir. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Mahnung. Beeilt euch zu anderen, ehe es zu spät ist zu bereuen. Musik Dies ist eine schwere Reise. Für eine friedliche Zukunft wird sie von Bedeutung sein. Musik Unser Volk braucht für jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie werden. Musik 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 Ihr sind alle in Deutschland. Für den Frieden unter uns und in Europa. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Wir können jetzt, wenn wir nur wollen. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonplötzen errichtet sind. Wir können und wir werden treffen. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Ich frage den Abgeordneten Brand. Nehmen Sie die Wahl an. 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 Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert. Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Mitbestimmung, Mitbestimmung in den penetranken. Mitbestimmung, Mitbestimmung. Mitbestimmung, Mitbestimmung. Mitbestimmung. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Meinung, beeilt euch zu anderen, ehe es zu spät ist zu bereuen. Dies ist eine schwere Reise, für eine friedliche Zukunft wird sie von Bedeutung sein. Unser Volk braucht für jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie werden. Musik Für den Frieden unter uns und in Europa. Musik Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. Musik Wir können nicht dealen. Musik Die Bundesregierung Ohne Diskriminierung Wir können jetzt, wenn wir nur wollen. Musik Musik Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die. Musik Musik Die aus Betonkürzen errichtet sind. Musik Musik Wir können und wir werden schaffen. Musik 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 Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet. Musik 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 Mitbestimmung, mit Verantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Mahnung. Beeilt euch zu anderen, ehe es zu spät ist zu bereuen. Das ist eine schwere Reise für eine friedliche Zukunft. Das wird sie von Bedeutung sein. Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Wir wollen mehr Demokratie werden. Musik Für den Frieden unter uns und in Europa. Dies ist nicht nur ein deutsches Interesse. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Die Bundesregierung ohne Diskriminierung. Wir können jetzt, wenn wir nur wollen. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Mauern in den Köpfen stehen manchmal länger als die, die aus Betonplötzen errichtet sind. Wir können und wir werden treffen. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Ich frage den Abgeordneten Brand. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Wir können und wir werden treffen. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. 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 Das wird der kommenden Jahre sein. Das wird der kommenden Jahre sein. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Ich setze natürlich darauf, dass wir es schaffen werden. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Das ist nicht nur ein deutsches Interesse. Auch im übertragenen Sinne geht seine Mahnung. Beeilt euch zu anderen, ehe es zu spät ist, zu bereuen. Ehe es zu spät ist,